Ich habe mit fünf Jahren angefangen Fußball zu spielen beim TUS Wurstwo, wo wir gerade auf dem Platz sind in der G-Jugend. Ich habe dann da zwei Jahre gespielt, dann bin ich in die nächste Jugend reingekommen und ich bin schon mein ganzes Leben beim TUS Wurstwo. Ich bin hier noch nie weggewechselt. 2018, da war ich ja mit den 2000ern bei den Niedersachsen-Meisterschaften und das war schon ein großes Erlebnis. Da sind wir leider nur Vierter geworden von acht, also ist auch schon nicht schlecht. Ich begleite die 99er-Garde jetzt im vierten Jahr. Das war es natürlich im 99er-Jahrgang, wo Leon dazugehört und auch im 2000er-Jahrgang hochgekommen ist. Das ist schon ganz schön dolle gut. Das macht es unserem Trainerteam sehr einfach, mit den Talenten zu arbeiten. Ein häufig zitierter Satz ist, dass den Jungs das Talent aus den Ohren rausläuft. Sie müssen nur damit was anfangen. Und ich glaube, wenn man die Saison, um die es ja hier auch geht, sieht, mit den Toren am Fließband, dann hat er schon hart dafür gearbeitet. Das ist nicht nur Talent. 2019 war bisher mein bestes Jahr beim Sport, beim Fußball. Ich habe mich weiterentwickelt. Wir haben uns weitergewickelt als Mannschaft. Wir sind fitter geworden. Ich bin fitter geworden. 2018 war das Pokalfinale natürlich schon Highlight, wo wir gegen Südkreis in Wolterstorf gewonnen haben. Und 2019 haben wir das dann natürlich nochmal getoppt durch den Sieg in Nagörde gegen Barendorf. Das war natürlich der absolute Kracher. Damit hat keiner gerechnet. Aber wir haben es natürlich gepackt. Für mich als Trainer zeichnet Leon am meisten aus, dass wir im Wechselspiel uns befruchten. Ich finde es imponierend, wie schnell Leon sich an die Bezirksliga-Härte gewöhnt hat. Die Innenverteidiger sind besser, schneller und körperlich stärker. Er arbeitet viel mehr mit nach hinten, schießt trotzdem noch Tore. Und ich glaube, das ist eine Qualität, wenn man sich mal Lionel Messi auf dem Spielfeld anguckt, wie viel er mit nach hinten arbeitet bzw. er nicht, damit er die Power nach vorne hat. Und er versucht, das Bias irgendwie unter einen Hut zu bekommen, eben als Teamplayer. Das ist fantastisch. Und da hoffe ich, dass das so weitergeht. Ja, die letzten drei Jahre, wo wir auch einen neuen Coach bekommen haben, Niklas Bönsch, haben wir uns natürlich sehr weiterentwickelt. Wir sind besser geworden. Wir haben das Angriffsspiel verbessert. Wir sind im Pressing besser geworden. Wir stehen höher. Wir schießen mehr Tore vor allen Dingen. Unsere Abwehr ist stabiler geworden. Großes Kompliment nochmal dahin. Ich habe das auch bei der Jahreshauptversammlung mitbekommen, dass ich auch nominiert bin zu den Sportlerwahlen, dass wir als Mannschaft auch nominiert sind. Nachdem ich mitbekommen habe, dass ich zu den Wahlen nominiert bin, habe ich auch noch einen Brief bekommen, dass ich unter den Top 3 gekommen bin. Unsere Mannschaft ist auch unter den Top 3 bekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, vielen Dank nochmal an alle Wähler. Ich freue mich sehr, dass ich Sportler des Jahres 2019 geworden bin. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.